Das Zusammenführen von Menschen und Märkten, von Angebot und Nachfrage, von individuellen Wünschen und Interessen bestimmt unsere Geschäftstätigkeit seit mehr als 30 Jahren. Als hundertprozentige Tochter der Sparkasse Freiburg Nördlicher Preisgau bieten wir mehr als nur Immobilien. Als erfahrener und kompetenter Dienstleister informieren wir die Öffentlichkeit seit Jahren über das Marktgeschehen in der Region Freiburg und tragen damit zur Transparenz der Märkte bei. Mit der Sparkassen Immobilienzeitung bieten wir unseren Immobilieninteressenten eine mehrmals im Jahr erscheinende Kundenzeitung mit einem Auszug aus unserem Angebot und berichten über Schwerpunktthemen zum regionalen Immobilienmarkt. Mit der Broschüre auf gutem Grund präsentiert die Sparkassen Immobiliengesellschaft zusammen mit weiteren Sparkassen eine in Deutschland einmalige Zusammenfassung der Grundstückspreise aus einer Region. Vom Schwarzwald bis zum Rhein und von der Ortenau bis ins Markgräfler Land erfasst die Broschüre die Grundstückswerte für privates Bauland aus den Geschäftsgebieten der beteiligten Sparkassen. Damit wird der Stadtkreis Freiburg, der Landkreis Emmendingen und fast der gesamte Landkreis Breisgau-Hoch-Schwarzwald abgedeckt. Alle wichtigen Städte und Gemeinden sind mit ihren Bodenpreisen erfasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.